Es war dann so, dass wir die verpflichtet haben, am selben Abend noch auf dem Bierdeckel zu unterschreiben, MTV anpackt Revolverhead, wir machen das Ding auch. Nicht, dass wir am nächsten Tag aufwachen und denken so, ach du Scheiße, war ich gestern betrunken und hab den Deppen von Revolverhead so ein Anpack zugebracht. Ich komm jetzt aus der Nummer, ich wollte doch Silbermond fahren. Ja, verdammt, ich hab den Steffi verwechselt. Also, ich kam aus der Nummer nicht mehr raus, wir haben uns tierisch gefreut, wir haben das hier in Hamburg in einem kleinen Theater aufgenommen, war zufällig jemand da? Okay, passt. Ziemlich geil. Dann wart ihr sehr schnell. Das war nämlich ein kleines Theater, ungefähr, hier so 300 Leute so ungefähr. Und das kommt jetzt im Oktober raus, hier Sommer in Schweden übrigens mit Johannes ist unsere erste Single, die läuft schon so ein bisschen im Radio. Und wir gehen damit nächstes Jahr erst auf Tour, haben jetzt aber da bei diesem Unplug im April so Blut geleckt, dass wir Bock hatten, auf dieser Sommerfestivaltour schon so einen Mini-Unplug zu spielen. Habt ihr Bock drauf? Das finde ich gut.